Heute schauen wir uns an, wie du mit Achtsamkeit deinen geschäftlichen Erfolg nachhaltig gestalten kannst. Wir sind einem ständigen Wandel unterworfen und ich mag dir ein paar praktische Wege zeigen, wie du in diesem Wandel mit innerer Ausgeglichenheit und Frieden unterwegs sein kannst und gleichzeitig aber im Geschäftsleben erfolgreich bist und bleibst. Bleib dran, heute schauen wir uns an, wie Achtsamkeit nicht nur dein Wohlbefinden steigert, sondern auch, wie es dein Business positiv beeinflussen kann. Herzlich Willkommen bei Business of Balance, deinem Podcast für ein stabiles und ausgewogenes Leben im Business. Hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Hallo, vielleicht kennst du schon mal Kraftquellenmeditation, wenn nicht, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt auf businessofbalance.com einmal unter dem Punkt Dein Giveaway nachzuschauen. Dort gibt es die Kraftquellenmeditation zum Download. Die Meditation bietet dir die Möglichkeit, auf deine inneren Kraftquellen, deine inneren Ressourcen zuzugreifen und die im Alltag immer wieder auch zu nutzen, damit du in Phasen, wo es vielleicht ein bisschen stressiger, ein bisschen unangenehmer ist, einfach was hast, an dem du dich festhalten kannst und aufrichten kannst. Bei dem Ganzen ist nur ein PDF dabei, das da auch so ein bisschen Anleitung gibt, wie es vor allem nach der Meditation weitergehen kann, damit du bestmöglich von dieser Meditation profitieren kannst. Das Ganze gibt es für 0 Euro zum Download bei mir auf der Webseite. Also, schau rein. Und heute will ich ja über Achtsamkeit und Geschäftserfolg sprechen. Und das sind ja jetzt irgendwie so Dinge, die auf den ersten Blick irgendwie nicht zusammenpassen. Einerseits, weil dieser Achtsamkeitsbegriff sehr oft auch mit einer fast esoterischen Anmutung daherkommt, was es meiner Meinung nach ja überhaupt nicht ist. Und auf der anderen Seite, wir, ja, gerade in Mitteleuropa, in der westlichen Welt, es nicht gewohnt sind, uns irgendwie einmal zu zentrieren, in die Ruhe zu gehen, im Zusammenhang mit Geschäft. Irgendwie ist alles hektisch, ständiger Leistungsdruck, man muss irgendwie dahinter sein. Dabei wird ja genau diese Achtsamkeit dafür sorgen, bessere Entscheidungen zu treffen, überlegter durchs Leben zu gehen, Ressourcen besser erkennen zu können, was jetzt in meiner Definition ja genau das ist, was ein guter Unternehmer in Wirklichkeit tun sollt. Weil das, was wir haben, ist unser Geist, wo auch immer der jetzt sitzt, ich greife mir zum Kopf. Aber das, was wir denken, tun wir. Und daraus entsteht dann eben das, was Handlungen sind und die dann halt irgendwie in Geschäft übersetzt sind. Und da auch achtsame Übungen in den Alltag einzusetzen, macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Das können solche Dinge wie Atemübungen sein. Weil du, wenn du über den Atem und über dieses Spüren, ich atme ein, ich atme aus, ins Jetzt kommst, dann triffst du ja auch Entscheidungen viel fokussierter und klarer. Das heißt, vor einer wichtigen Entscheidung, vor einem wichtigen Meeting, vor einem wichtigen Tag, einer wichtigen Präsentation, die einfach einmal fünf Minuten auf deinen Atem zu konzentrieren, verbessert deine Konzentrationsfähigkeit und senkt den Stresslevel. Und wenn wir besser konzentriert und weniger gestresst sind, entscheiden wir klarer. Und hoffentlich auch noch heutiger. Und damit findest du natürlich eine gute Balance, auch im Alltag. Und so etwas wie Atmen ist etwas, was wir den ganzen Tag tun. Ich kann es halt achtsam machen und dadurch profitiere ich natürlich. Das andere Thema ist natürlich, wie so oft, und dieses Projekt hier heißt Business of Balance, es geht natürlich auch um solche Dinge wie Work-Life-Balance. Wie ich diesen Begriff Work-Life-Balance definiere, das habe ich in einem anderen Video schon einmal erklärt, weil Work-Life-Balance ja ganz oft übersetzt wird mit Erwerbsarbeit gegenüber Freizeit. Und das ist es ja aus meiner Sicht nicht, weil Arbeit ist auch sowas wie Erziehungsarbeit in der Familie, Arbeit an einer Beziehung. Das heißt, in Wirklichkeit sich an Dingen zu beschäftigen, weiterzuentwickeln, ist Arbeit. Und Arbeit darf auch Spaß machen. Und das ist in diesem Work-Life-Balance-Begriff natürlich üblicherweise völlig durcheinandergehaut. Und Leben heißt ja in Wirklichkeit der Austausch zwischen Organismen und Systemen. Und du bist in verschiedene Systeme eingebettet. Und wenn du diese Begriffe nimmst und das mit Work-Life-Balance zusammensetzt, dann kommt aus meiner Sicht auch ein nachhaltigeres Bild heraus und nicht dieses Schwarz-Weiß-Gedenke, wie es üblicherweise verwendet wird. Das heißt, überleg dir da auch, wie kannst du da eine tatsächliche Work-Life-Balance in dein Leben bringen. Und wenn wir jetzt so im Bereich der Zielsetzungsproduktivitätsmethoden sind, oft genug gehört, das Eisenhower-Prinzip mit einem Achtsamkeitsansatz zu verbinden, macht generell auch für die Lebensgestaltung Sinn, wenn du jemand bist, der gerne plant. Und sehr oft kenne ich das bei unternehmerischen Typen, die irgendwie sehr gerne da auch planen. Nicht alle natürlich. Aber unterteile da einfach einmal in wichtige, unwichtige, dringende und nicht dringende Aufgaben in einer Matrix. Und nicht nur die unmittelbaren geschäftlichen Entscheidungen, sondern auch die anderen Lebensbereiche, die es bei dir gibt. Und dann werden auf einmal Prioritäten klarer. Und du kannst ja diese üblicherweise natürlich aus dem beruflichen Kontext stammende Produktivitätstechnik ja auch dann für dein komplettes Leben anlegen. Und was kommt dabei raus? Bessere Entscheidungen, weil du das einfach nach einer kleinen Entscheidungsstruktur aufgemacht hast. Weniger Überwältigung im Alltag, weil du einfach genau weißt, wozu entscheide ich mich oder wozu entscheide ich mich nicht. Und wie habe ich das natürlich auch in ein Verhältnis zueinander gesetzt. Wesentlicher Punkt zum Thema Achtsamkeit ist natürlich auch achtsame Kommunikation in deinem Geschäft. Das heißt, mit Mitarbeitern und Kunden auch achtsam zu sprechen, wird natürlich auch ein tieferes Verständnis füreinander bringen. Da geht es mir jetzt nicht nur um Fehlerkultur, aber solche Dinge wie aktives Zuhören, was man auch in jedem Kommunikationsseminar irgendwie schon einmal gehört hat, anzuwenden und dich auch achtsam darauf einzulassen, was erzählt mir denn der andere gerade. Anstatt einfach schon zu versuchen, die Replik im Kopf dir irgendwie fest zu überlegen, damit du möglichst schnell eine Antwort geben kannst, sondern dich hinzusetzen und gegebenenfalls auch deinem Gegenüber mal zu sagen, Okay, aber das muss ich jetzt kurz nachdenken. Zeig dir dem nur, dass du wirkliches Interesse gehabt hast. Und wenn du zuhorchst, ohne dass du unterbrichst und dann wiederholst, was du verstanden hast, fördert das das Verständnis füreinander. Und wenn jemand das Gefühl hat, du hast Verständnis für ihn, dann baut das Vertrauen auf. Wenn du natürlich versuchst, deine Dinge sofort irgendwie wieder dagegen zu schießen, dann sind wir natürlich in einer Kommunikation, wie wir es ganz oft im Geschäft oder in Teams kennen. Jeder will irgendwie den eigenen Standpunkt möglichst schnell durchbringen. Aber ganz ehrlich, in einer vertrauensvollen Umgebung fühle ich mich doch auch wohler. Ich zumindest. Kannst du dafür dich selber überlegen. Als Unternehmer haben wir natürlich auch das Thema Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen mit Achtsamkeit zu treffen, ist natürlich was, was auch hoffentlich zu nachhaltigeren Ergebnissen führt. Jetzt haben wir vorher solche Dinge wie die Eisenhower Matrix schon gehabt, aber sich auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl zu verlassen, was in Zeiten der KI, die natürlich sehr strukturiert über Dinge drüber geht, fast ein bisschen sich entgegensteht. Aber wenn ich mit einem guten Bauchgefühl Entscheidungen triffe, dann habe ich ja auch im Nachgang ein besseres Gefühl, wenn ich etwas nicht gemacht habe und dazu stehen kann. Und ich kenne das von mir, ich habe Kundenanfragen und Projekte abgelehnt, weil ich einfach das Gefühl habe, das passt nicht zusammen. Und das sind tatsächlich auch im Nachgang Dinge, über die ich bis heute stolz bin, dass ich es nicht gemacht habe. Ganz oft hat sie sich auch als richtige Entscheidung erwiesen. Das heißt, dir zu überlegen, was ist denn dein Weg, und die Leute reden zu lassen, wenn sie etwas nicht verstehen können. Und da kann dann natürlich Meditation wieder helfen. Einfach zehn Minuten darüber zu meditieren, was entspringt denn im Moment zu deiner Intuition. In der Ruhe, im Atmen, im Ausschalten von Gedanken. Und das hilft dir zu einer inneren Klarheit. Und diese innere Klarheit hilft dir hoffentlich, dann auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und mit einer gestärkten Intuition ist natürlich auch das eigene Selbstvertrauen in die eigenen Entscheidungen größer. Das heißt, insgesamt wird es dir ja gut gehen damit. So, was kannst du jetzt im Arbeitsalltag machen? Einfache Übungen, um Achtsamkeit in deinen Arbeitsalltag zu integrieren, kann zum Beispiel der sogenannte drei Minuten Atemraum sein. Das heißt, du nimmst da eine kurze Pause im Tag, das geht auch im Büro, wenn man mal die Türe kurz zumacht, um deinen Geist ganz bewusst zu beruhigen und drei Minuten kurz zu atmen. Ich habe da auch in einer anderen Folge schon mal die 4-7-8-Methode erzählt. Das heißt, vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden die Luft anhalten und acht Sekunden ausatmen. Also doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Und das führt dazu, dass du eine sofortige Reduktion deines Stresslevels gespüren wirst und es erhöht auch deine mentale Klarheit. Und das ist eine ganz einfache Achtsamkeitsübung, weit weg von esoterischen Ansätzen, die dir einfach hilft, im Alltag besser durchzugehen. Wir haben gesehen, Achtsamkeit ist ein kraftvolles Werkzeug für deinen nachhaltigen Erfolg im Geschäft. Ich kann dich nur ermutigen, die Methoden auch für dich auszuprobieren, weil es wird immer ums Probieren gehen und zu schauen, was tut sie in deinem Leben, wie ist vielleicht auch sanfte Veränderung spürbar und wie wirkt sich das positiv auf deine Arbeit aus. Und denk dran, dass Achtsamkeit ist ein stetiger Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Und je mehr du davon für dich nutzt, desto mehr kannst du davon profitieren. Wenn du mir jetzt gerade auf YouTube zuschaust, dann sei doch so lieb, drück unten auf dem Abo-Button und aktivier die Glocke, dann kriegst du nämlich auch Notification jedes Mal, wenn ein neues Video online geht. Solltest du auf Apple Podcast oder auf Spotify dabei sein, dann sei so lieb, lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Oder solltest du noch kein Abonnent, keine Abonnentin sein, dann würde es mich freuen, wenn du auch da auf den Abo-Button drückst, weil dann hören wir uns in Zukunft öfter. Ja, das war es für diese Ausgabe des Business of Balance Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Falls dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zum nächsten Mal beim Business of Balance Podcast. Bis zum nächsten Mal.